Musik Grüß euch bei der heutigen Ausgabe von Kärtnerisch Red. Heute darf ich den Philipp Bietze von der Landsjugend Ewa Stahn bei uns begrüßen. Servus. Ich habe das heutige Wort Staudenbaukerle mitgebracht. Das ist ein Kind, das früher auf die Welt gekommen ist, bevor die Eltern in bunter Ehe zusammengekommen sind. Also unterm Strich kann man dazu sagen, eine Staudenbaukerle ist ein unähliges Kind. Musik 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 Musik